Rauch und Qualm sind zu sehen, wo die Wolken entstehen und der Himmel wird grau, nur dahinter noch blau. Man kann schon Steine sehen, wo die Wolken entstehen. Dampfen Kühtürme grau, verhüllen himmlisches Blau, ein paar Windräder drehen, wo die Wolken entstehen. Man so Pumpen betreibt, Grundwasser tief unten bleibt, sogar Wind kann man sehen, wo die Wolken entstehen. Schwarz auch gelblich, hier grau und fern sieht man's genau. Und der Strom, der aus Steckdosen fließt, doch sich auch so aus Wind und Sonne ergibt. Turbinen sich drehen, wo die Wolken entstehen und Elektrizität für manch nutzloses Gerät. Man sagt Lichter ausgehen, wenn keine Wolken entstehen. Man nicht mehr Kohle verbrennt, man daran Lügner erkennt. Wozu Brennstoff für Strom aus Kohle, Gas und Atom? Wenn Strom aus Sonne und Wind, man klimaschonend gewinnt. Wer sich nicht umstellt, wird sehen, bleibt nicht mehr lange bestehen. Verdient vielleicht heut noch Geld, doch ruiniert unsere Welt. Und der Strom, der aus Steckdosen fließt, doch sich auch so aus Wind und Sonne ergibt. Ein Energielieferant, der Strom erzeugt für das Land, in dem er Kohle verbrennt, keine Verantwortung kennt. Er nimmt die Erderwärmung hin für Unternehmensgewinn. Da braucht man sofort Ersatz, der ist total viel am Platz, wo die Wolken entstehen. Ärzte ans Krankenbett gehen, mancher nicht lange lebt, wo man Rendite anstrengt. Die Folgen mag man nicht sehen, wo die Wolken entstehen. Wenn das Klima aufheizt, Menschen arbeiten gehen, wo die Wolken entstehen. Sind Lungen leiden normal? Ist das Klima egal? Keine Willen zu sehen? Nur die Wolken entstehen. Wer oben sitzt im Konzern, wohnt nah am Kraftwerk nicht gern. Den Rauch, den Rauch, den Rauch und Qual sind zu sehen, wo die Wolken entstehen. Da ist der Himmel ganz grau. Wo du zweifelst, fahr hin und schau. Man kann schon Steine sehen, wo die Wolken entstehen. So ein Kühlturm, Dampfgrau weiß jeder Strom ausgelaufen. Und der Strom, der aus Steckdosen fließt, doch sich auch so aus Wind und Sonne ergibt. Untertitelung des ZDF, 2020